Herzlich Willkommen zu einem neuen Flug Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, was ein Motion Blur ist, beziehungsweise Bewegungsunschärfe ist, was das Ganze macht und ob man es natürlich benutzen sollte oder ob man es eben halt nicht benutzen sollte. Das werde ich euch alles in diesem Video erklären. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solcher Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video hier eine Bewertung und natürlich einen Kommentar auch gebt. Und schaut natürlich auch gerne in die Videobeschreibung rein und schaut dort zu meinem Twitch-Kanal und lasst dort natürlich ebenfalls ein Follow da. Dort werden nämlich heute unter anderem auch den Solo Cup zocken, wenn ihr es natürlich nicht verpassen wollt. Könnt ihr natürlich dort auch gerne ein Follow da lassen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Video. Und als erstes machen wir mal einen ganz kurzen Vergleich zwischen Motion Blur aus und Motion Blur an. Das Ganze jetzt auf ca. 200 FPS. Es kann natürlich sein, dass wenn man das auf 60 FPS spielt, das einen anderen Unterschied natürlich macht. Genauso wie bei natürlich allen anderen Settings ebenfalls. Je nachdem, was man für Hardware hat, wird es auch immer unterschiedlich sein, was das Ganze an Auswirkungen hat. Trotzdem ist es bei Motion Blur so, dass es immerhin in eine Tendenz geht, wo wirklich bei allen das relativ ähnlich ist. Da ich aber auf 60 FPS nicht spielen kann, weil ich eben halt dann einfach maximal lost bin und es aussieht wie eine Diashow oder nur noch für mich, da ich einfach diese High-FPS gewöhnt bin, kann ich euch das dort immer nicht zeigen. Und ich denke mal, viele Leute werden das eben vor allem von den PS4-Spielern und Xbox-Spielern kennen, denn dort ist das, glaube ich, standardmäßig eigentlich immer an. Aber wir werden das Ganze jetzt einmal ausprobieren. Also hier noch einmal so ein bisschen Freebuilding ohne Motion Blur. Fühlt sich eben halt alles ganz normal an. Ich spiele damit auch schon seit Ewigkeiten. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal Motion Blur an. Die Option findet man hier unter Advanced Graphics im ersten Tab hier. Motion Blur einmal anmachen, beziehungsweise Bewegungsunschärfe eben halt. Und dann weiß ich jetzt nicht genau natürlich, wie man das bei euch sehen kann. Aber ich spiele auf jeden Fall, dass die Edits nicht so clean laufen. Und ihr seht wahrscheinlich auch, dass die Edits definitiv nicht so clean laufen und es alles sich so ein bisschen unsmoother anfühlt. Obwohl ja eigentlich das Wort Bewegungsunschärfe bedeutet, dass es flüssiger sein soll. Dadurch, dass ich jetzt aber eben halt wie gesagt auf 200 FPS spiele, ist das oder so schon so häufig die Bilder, dass es eben halt kaum Unterschied macht. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass es für den einen oder anderen vielleicht schöner wirkt, wenn man auf 60 FPS spielt, weil dann natürlich die Bilder sozusagen etwas verwaschen werden. Dann ist es nämlich sozusagen so, dass wenn ich hier an dieser Stelle stehe und dann im nächsten Bild irgendwie so stehe, dass dann eben halt dazwischen sozusagen dann einmal das alles so ein bisschen verwaschen wird, dass es nicht genau ist. Das kann eben halt dann auch etwas zu Müdigkeit und so führen, wenn man darauf das alles so ein bisschen verwaschen sieht. Deshalb ist das bei den meisten allein schon deswegen nicht so gut und generell hat man auch das Problem, dass sich natürlich nicht alles so direkt anfühlt, weil man diese klaren Bilder eben mal nicht ganz genau sieht und das finde ich persönlich zumindest nicht so schön. Natürlich kann es manchmal sein, dass vielleicht der eine oder andere das schöner findet. Allerdings ist natürlich das größte Problem an Motion Blur, dass es Post Processing ist. Post Processing bedeutet einfach, dass nachdem die ganzen einzelnen Bilder schon gerendert wurden, das dann eben nochmal zusätzlich als Effekt darauf gefügt wird. Das heißt, als erstes wird das Bild sozusagen ganz normal ohne Motion Blur so gerendert, so wie es eben halt jetzt ist und dann wird nochmal als zusätzlicher Effekt, so wie wenn man zum Beispiel das auch beim Videoschnitt macht, dann zusätzlich dazu noch die Bewegungsunschärfe heraufgefügt. Das heißt, man hat logischerweise natürlich dementsprechend auch eine erhöhte Latenz, da das eben halt dann erst nochmal durch diesen Prozess durchgehasselt werden muss und danach kann das eben halt erst an dem Bildschirm weitergegeben werden. Dadurch hat das Ganze natürlich ohne Motion Blur noch ein bisschen mehr Responsiveness und wenn man das ja eben halt so mit Motion Blur hat, dann ist das manchmal auch gerade so bei den Flicks, da merkt man auf jeden Fall, dass man das auch nicht so gut erkennen kann. Natürlich flicken ist generell etwas, was man nicht machen oder nicht so häufig machen sollte, aber wenn man dann mal flickt, ist das kaum möglich mit Motion Blur, weil ich jetzt eben halt wirklich nicht erkennen könnte, wann ich auf irgendeinem Punkt bin und das macht das auf jeden Fall deutlich schwieriger. Es verbraucht eigentlich kaum FPS, ich habe glaube ich sogar ein bisschen mehr FPS mit dem Motion Blur, es sind aber 10 FPS Input Lag, wird genau gleich angezeigt, ist aber nicht genau gleich, das merken wir nun mal ganz einfach, wenn es weniger Responsive ist, dann hat man logischerweise auch einen schlechteren Input Lag. Also wie gesagt, hauptsächlich ist es immer dafür zuständig, dass man dann einen höheren Input Lag hat und deshalb würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, Motion Blur auszumachen, als sei denn, ihr findet das besonders gut. Aber wie gesagt, man kann einfach alles klarer erkennen, Linien klarer erkennen, ich kann besser flicken, kann dann auch zum Beispiel den Berg dort hinten besser sehen und den Berg könnte ich dort zum Beispiel in so einer Bewegung nicht sehen, wenn ich eben halt kein, wenn ich Motion Blur anhätte. Deshalb, wie gesagt, würde ich euch empfehlen, Motion Blur immer auszumachen, egal auf welche Konsole ihr spielt, ihr könnt es natürlich selbst einem ausprobieren, anschauen, was ihr besser findet. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen sollte es ohne besser sein. Und damit war es das ganze Aufstand schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es sein sollte, lasst keine Bewertung da, schaut natürlich auch gerne auf am Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und dann bis zum nächsten Video. Ciao.